ja hey und hallo ich bin es wieder euer prof und seit dem update sind ja nun wieder mal ein paar tage vergangen um exakt zu sein sieben tage heute ist die allererste kanone bei mir auf level 13 fertig geworden und den rest wie ihr seht da ist hat sich noch nicht viel getan da auch noch nicht aber hier befinden sich noch zwei kanonen in der bauphase oben an meinen aktuellen gold stand sitzt ihr ich bin kurz davor auch die vierte kanone in die bauphase zu schicken oder sagen wir mal die dritte weil eine ist ja schon fertig und da nehme ich euch jetzt einfach mal gleich mit zu beginn bevor ich denn mein fazit zu dem update zukommen lasse denn ihr habt ja durch den ein oder anderen youtuber schon mitbekommen was denn sich alles verändert hat wie es ausschaut ich halte mich noch mal etwas raus denn ich bin wenn ich das versuche irgendwie grafik darzustellen doch immer etwas hinten dran das ist dann eher weniger schön wenn man dann schon merkt ja man kommt mit 45 fünf stunden verspätung an da habe ich mir gesagt ich mache ein bisschen was anderes man muss ja nicht mal alles gleich machen somit bekommt ihr wieder einmal ein kurzes und knappes fazit was sich denn so alles getan hat in der bunten coc welt und ja ich nehme euch jetzt hier erstmal bei dem kampf mit muss jetzt allerdings mal schauen wie ich mich anstelle denn man muss immer wieder bedenken ich habe nur bämm auf der wiese stehen das ist natürlich nicht ganz optimal wenn man versucht in die mitte zu kommen eines dorfes man kann schon mal ein wenig was probieren dadurch dass ich noch vier blitz zauber dabei habe und meine queen etwas weiter in die mitte zu kommen aber momentan ist nichts lohnenswertes dabei und bäm ist ja eigentlich mehr prädestiniert für einen reinen collector rate das heißt einfach nur minen und sammler einsammeln und ja hier haben wir jetzt 114 kilo gold da auch recht easy peasy dran zu kommen wie das der x-ray jetzt so schön sagen würde dann setzen wir einfach mal hier eine reihe barren eine reihe bogies dann gucken wir mal wie weit die kommen ja sieht recht gut aus so das wäre die erste seite dann lassen wir hier schon mal einfach die außengebäude abräumen ja nicht wundern ich bin da etwas verschwenderisch mit den truppen aber erkennt ja von mir ich habe dahingehend nicht ganz so dass dem fable einfach zu sagen minimalistisch voranzugehen und zu sagen wir gucken mal mit wenig mit wie wenig truppen man vorankommt ich mache das jetzt einfach mal hier just for fun und elixir ihr wisst ja stört mich jetzt nicht wirklich das kann ich ruhig mal ein wenig hier hingehend loswerden so da das gold lager sollte noch fallen hoffe ich mal dann setzen wir hier oben mal noch ein paar truppen ab und ich habe auch festgestellt dass man recht einfach sogar an die 50 prozent mit dem kommen kann wenn man denn die truppen halbwegs gezielt einsetzt und ja das gold lager da oben könnte es mir eigentlich auch noch mitnehmen setzen mal hier noch ein paar bahn ab so noch die bogies alle weg ganz genau das sind die 50 prozent auch schon gefallen und jetzt kann ich hier meine minions noch aufs letzte gold lager drauf jagen und dann seht ihr schon ich habe meine meine 7,5 millionen voll um die nächste kanone in die bauphase zu schicken so die treiber bahn schicken wir auch noch weg ohne einen zauberspruch eingesetzt zu haben ja ich weiß es ist nur ein rathaus 8 und eine leiche da kann man ruhig mal ein wenig sich erlauben gut hier sollte das auch gewesen sein 69 prozent tv topi gefällt mir kann man nichts sagen dann gucke ich noch mal fix bevor wir die kanone in die bauphase geben ob meine ganzen kasernen ausgelastet sind werden die noch mal voll bestücken und dann werde ich eventuell nachher noch mal 1234 nein quatsch keine live können wir machen aber vielleicht noch ein mal gucken wie die zeit das so zulässt und ja wenn wir mal den angriffslok gucken 114.000 hier ist natürlich ein recht schöner den werde ich euch mal kurz noch mal abspielen ein schöner inaktiver rathaus szene da kann man eigentlich nichts zu sagen der ist richtig schön vollgezogen und da kann man sich doch mal ein wenig austoben mit bämm die doppelmauer hier hat es mir zwar etwas schwer gemacht aber nichts desto trotz wo ein wille da ein weg und man kommt recht gut an alle ressourcen ran zumindest die die sich in den minen und sammler befinden wenn man jetzt natürlich mit bämm versucht alles außen abzusetzen und einmal in der reihe rings rum geht kommt man natürlich nicht mit dem ansatz in die mitte rein da hätte ich das ganze dann auch ein wenig anders gestaltet aber hier musste ich ohnehin mich nicht groß lang machen und habe mir dann gedacht alles klar die seite ist abgefrühstückt dann kann man auch zur anderen seite kommen ja die mine unten bleibt noch stehen mit einem fitzlchen die werte ich ich boller schon mal mit einem blitz mir holen habe dann auf der anderen seite meine truppen abgesetzt um auch da noch mal die außen gebäude abzuräumen um an die mine zu kommen die sich unterhalb befindet und die zwei da oben ja der tesla da oder die tesla machen wir da oben das leben etwas schwer aber ihr seht ja ich habe meine queen noch wollte erst mal gucken was die kleinen truppen noch so alles reisen denn im endeffekt ging es mir hier nur um das gold die entfernt aus die hier leer gebrannt dastehen hätte ich zwar auch liebend gern mitgenommen aber man muss klar prioritäten setzen und die prioritäten lagen hier für mich ist jetzt da kommt der blitz auf dem gold und da oben ist jetzt auch gleich die queen kommen da ist schon und ja da habe ich das ganze gold eingesackt und mitgenommen ich denke mal 360.000 ein ganz netter loot und ich muss sagen dafür dass ich nachmittags spiele gegen 15 uhr 30 oder wann war das vor zehn minuten ich weiß es gar nicht wir gucken mal fix noch mal nach bevor ich was falsches sagt vor 23 minuten sogar also war ungefähr 15 uhr 30 habe ich den gefunden und muss ganz ehrlich sagen so für nachmittags gut finde ich das eigentlich recht passabel und auch für die eingesetzten truppen jeweils das was ich mitgenommen habe gut das elixier ist recht wenig aber da kommt es mir nicht drauf an und ja kommen wir auch gleich zu einer eigenschaft was supercell nicht angekündigt hat aber hier verändert hat und zwar seht ihr das hier bei bams der hat mir zwar recht viel abgeknöpft aber ich muss dazu sagen bei mir waren auch die ganzen minen und sammler voll und von daher konnte er natürlich wunderbar ein bisschen ausräumen hat das noch ganz gut gemacht und ja was mir gefällt das ist nämlich hier zu sehen dass man einmal das logo sieht natürlich gibt es jetzt jede menge neue logos und man hat sich auch dahingehend gleich ein wenig verwirklicht und hinter dem logo seht ihr jetzt mittlerweile die truppen die aus der cb kommen das heißt sie werden nicht mehr darauf addiert wie es denn vorher mal war oder dass dann einfach mal die truppen level der truppen nicht mehr da standen hier hat man jetzt dahingehend ein wenig was verbessert und dran gearbeitet finde ich sehr gelungen ein kleines gimmick wo ich sagen muss gefällt mir natürlich wunderbar ja ansonsten seht ihr selber meine base hält relativ gut man kann mir nicht allzu viel abknüpfen liegt auch mit zum anderen daran dass ich meine gold lager die sich am rand befinden recht leer zurücklasse und man hier natürlich meine minen und sammler die dann hier unten sich befinden gut ausräumen kann ja jetzt werde ich mal die nächste kanone in die bauphase schicken bevor ich mich hier fahrt babbel da da so in sieben tagen ist dann auch diese kanone fertig das heißt ich habe jetzt nur noch numero uno und numero duo ja das sind die zwei kanonen die ich dann noch in den nächsten tagen für mich fertig farmen werde aber wie gesagt keine angst ihr verpasst dahingehend gar nichts denn ich mache das ganze alles ohne boost und bin eigentlich für sieben tage jetzt mit vier kanonen ohne boost doch recht gut dabei obwohl ich nicht jeden tag kämpfe und ja wir auch nebenbei noch cds machen gut cw ist auch das nächste stichwort selber bin ich ja aktuell bei uns im cw noch gebunden ihr sitzt hier auf der map wo bin ich da habe ich mich versteckt auf platz nummer 30 bin ich aktuell bei uns ich nehme momentan permanent an cw ist bei uns trennen teil geht erstmal darum um den jungs bei kings und queens ein wenig zu helfen mit truppen und ratschlägen und tipps wie man denn angreifen kann von daher verschiebe ich momentan auch so ein wenig die abonnenten besuche wird allerdings denke ich mal ja wir haben jetzt ich glaube anfang märz ja ganz genau der dritte dritte ist heute da werde ich dann auf alle fälle mal schauen dass ich ende märz dann mal so weit bin dass ich dann auch mal bei euch rum schaue und dann euch versuche auch mit tipps und ratschlägen beiseite zu stehen und ein bisschen helfen zu können das läuft uns nicht weg keine angst wie gesagt das ist momentan jetzt erst einmal stand der dinge bei uns damit wir bei uns die cw ist erstmal etwas gut abschneiden können und ihr seht die eps müssen ja auch irgendwie gesammelt werden für die klaren vorteile wer wissen möchte wie sich die eps zusammensetzen wie viel was wie wo und wann ihr seht es zum einen wenn ihr bei euch auf die kriegs map geht und ein cw gestartet habt wie viel ihr jeweils in den cw es erreichen könnt und ja für die dies ganz genau wissen möchten wie viel die einzelnen level brauchen dazu verlinke ich euch einfach mal unten in den kommentaren das video vom lieben x-ray der hat sich da mal die mühe gemacht und hat das mal aus einem forum raus geschnitten und in seinem video gepackt und dort ganz gut erklärt wie sich diese klaren vorteile ps zusammensetzen die ihr dann benötigt um die verschiedenen level freizuschalten und wie denn sich die ps in den cw freischalten das denke ich mal habt ihr auch gesehen und wenn ihr auf die kriegskarten map oder auf diesen button drückt können ja auch die cw cw die cs natürlich und die stelle können das einstellen ja ich denke mal was ist alles gesagt und ich muss ganz ehrlich so sagen jetzt für das fahrt sitzen hier nun sieben tage rum ich muss sagen spieltechnik finde ich das sehr gut gelungen und auch wieder die cw ist ein wenig interessanter gemacht auch das ganze wie man sich in einem cw verhält wie man die absprachen trifft das ganze wird noch mal mehr gefördert durch diese ep geschichte und durch diese clan vorteil geschichte finde ich richtig geil gemacht allerdings farm technisch war das update sehr 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 mau und von daher muss ich ganz ehrlich sagen ist das update für mich 50 50 und ja zum teil flop zum teil top spielerisch gesehen ist es richtig gelungen aber farm technisch ja ihr wisst selber ich brauche ein bisschen mehr zu tun als nur ein paar kanonen und deswegen habe ich mir so eine kleine challenge gesetzt einfach mal ohne boost die kanonen zu appen jetzt sagt hey warum hast du mir ist nicht gezeigt ich hätte ganz gern mal gesehen wie du farmst muss ich sagen ich bin zurzeit sehr viel unterwegs habe privater natur noch ein bisschen was zu tun von daher muss ich mal schauen sich das mit den videos immer macht weil man muss ja auch immer wieder die videos rendern man muss sie verarbeiten man muss sie bearbeiten wenn man dann versucht noch ein bisschen grafisch was aufzuwenden ist das ganze ein wenig mit ein bisserl zeit verbunden und da ich ja noch nebenbei versuche mir eine neue arbeit zu suchen ist das ganze etwas zeit technisch eingegrenzt aber nichtsdestotrotz versuch und bemühe ich mich da habe ich auch im laufenden zu halten und mal schauen vielleicht habe ich sogar noch mal die woche so 12 videos zu drehen oder zumindest mal was aufzunehmen wie ich mich denn hier mit bern weiterhin schlage mal gucken habe ich noch ein ja wir haben noch 200 truppen da könnte man eigentlich noch mal grob losgehen und suchen mein king und meine queen sind nämlich da da gucken wir einfach mal ob sie noch was schönes finden so zum abschluss des videos weil ihr wollt ja auch mal ganz gerne sehen wie schlägt man sich denn so live bin momentan auch mehr am üben mit dem weil zum einen hat es den vorteil dass man wesentlich schneller wieder losziehen kann wenn man nur einen collector rate macht und sich auf einer eben halten möchte ihr habt ja vor uns gesehen man kommt relativ mit wenig truppen an sehr viel loot finde ich jetzt zumindest für mal meine spielverhältnisse und ich muss auch ganz ehrlich sagen so in knapp zweieinhalb tagen da habe ich eine spielzeit von knapp vier stunden jeweils am tag komme ich eigentlich recht gut voran und bekommen die 7,5 millionen innerhalb von zweieinhalb tagen zusammen da sind dann umgerechnet irgendwas an die zehn stunden spielzeit das heißt mit boost wäre ich dann natürlich logischerweise noch schneller aber mal ganz ehrlich warum soll ich so schnell fertig werden denn man weiß ja gar nicht was das nächste update mit sich bringt und ob das überhaupt sage ich mal noch in diesem jahr kommt denn ihr wisst ja selber seitdem die japaner das ganze übernommen haben bei supercell doch die ganze maschinerie was denn updates betrifft sehr ins stocken gekommen der ein oder andere von euch wird sagen hey das ist cool prof ich finde das richtig geil ich komme jetzt endlich mal hinterher ich muss nicht die ganze zeit jedes mal warten und sagen ja vielleicht irgendwann mal nächstes jahr bin ich fertig sondern hier ist übrigens die base von mix sondern ich habe das relativ zeitnah jetzt auch mal geschafft ich einzuholen finde ich natürlich für euch wiederum richtig schön dass ihr reinkommt aber für die leute die die mixed out sind ist es doch recht schwer die motivation oben zu halten und dahingehend hat ja eigentlich auch super sehr versucht anhand der cw ist da noch mal bis zum was am interesse am interessenrad zu drehen dass die leute noch mal sagen hey komm wir versuchen mal das ganze jetzt noch mal ein bisschen aufzuarbeiten und noch mal zu schauen wie ich mich dann mit dem clan schlagen kann da eventuell noch mal bessere absprachen zu treffen denn auch bei uns sind wir demnächst am überlegen ob wir da nicht etwas systematischer vorgehen denn so viel kann ich euch schon mal verraten wir sind momentan bei uns an herausfinden wo denn im einzelnen die stärken und die schwächen liegen denn man muss ja immer wieder mal auch sehen die die leute die farmen die kennen sich mit den großen truppen gar nicht aus wissen auch gar nicht wie die sich verhalten sie wissen zwar welch gebäude unverteidigt sind sie wissen zwar die goblins sich verhalten wie eventuell barbaren bogies oder auch riesen sich verhalten oder vielleicht mal ein paar peckers je nachdem aber so richtig in dieser zusammenstellung ist dann auch bei uns immer noch so wo man sagen müssen wir haben klar differenzierte farmer bei uns und wir haben auch welche die ein wenig pokaljagd erfahrung haben und dieses wissen versuchen wir jetzt weiter zu geben und dahingehend werden eben dann stärken und schwächen heraus sondiert wer ist wie wo wann stark wer hat da seine schwächen wo muss man eventuell ein bisschen unterstützen und ausgleichen um den klaren nach vorne zu bringen denn im endeffekt ist das ganze hier eine klare errungenschaft oder eine teamarbeit das heißt das kann man nur schaffen indem man zusammen hand in hand arbeitet und das ganze versuchen wir jetzt bei uns ein wenig zu ja ich sag's jetzt mal wieder mein lieblingswort zu verwurschteln und schauen uns das ganze mal an denn ich denke mal das macht wesentlich mehr sind wenn wir dann einfach sagen die die wesentlich mehr erfahrung in der pokaljagd haben werden sich dann den oberen widmen auch wenn der loot dann für den ein oder anderen wegfallen wird dass man dann sagt ja es lohnt sich nicht aber wenn man den kampf verliert und der prof kriegt 1,2 millionen wenn man gewinnen würde man verliert kriegt auch der kleine prof nur in anführungsstriche seine 300 bis 400 kilo und das ist ja nun auch nicht gerade die welt deswegen muss man eigentlich erpicht sein dass unsere oberen dann sagen alles klar leute wir versuchen oben ein bisschen was zu retten und ihr holt einfach unten die kohlen aus dem feuer und dann sollte das ganze ding sich eigentlich von selbst erledigen in ansätzen ist bei uns schon die lösung umgesetzt worden müssen da jetzt hingehend mal ein wenig schauen wie das ganze sich in der zukunft noch einspielt wenn dann noch ein zwei leute dazu kommen oder wieder rausgehen denn das ist immer so eine ja ihr kennt selber das ist immer so ein kleiner knackpunkt wo man sagen muss wer ist denn jetzt nun wirklich gut wer ist schlecht wer es dabei sind die leute permanent für einen cw oder sagen sie selbst jetzt noch mit diesem button den man hat ich stelle es lieber ein und aus und nehmen dann lieber an den cw nicht teil um die anderen nicht zu verärgern man weiß es nicht aber wir schauen einfach mal jetzt den greife ich mal kurz an über 100.000 ihr kennt ja mein ziel hat sich immer noch nicht geändert bevor ich hier zu wenig gold habe denn da habe ich jetzt auch muss ich ganz ehrlich sagen gar nicht drauf geachtet wie viel ich da noch habe wir schicken wir jetzt noch ein paar paar baren los und ja dann kennt ihr zumindestens mal die philosophie die momentan bei uns bei kings und queens verarbeitet wird und wir sind da denke ich mal auf einem guten weg der lösung und das wird die zeit nachher mit sich bringen man muss jetzt als team zusammenwachsen und auch die ganze möglichkeiten die man jetzt mit den klaren vorteilen hat macht ja das ganze interessanter denn selbst wenn man jetzt verliert kann man immer noch eps sammeln und das finde ich wesentlich interessanter und spannender als als zu sagen ja man muss jetzt unbedingt immer gewinnen und wenn man halt nicht gewonnen hat dann hat man klar verloren aber hat eben auch nichts gewonnen vielleicht ein bisschen was an erfahrung aber da sagt der eine oder andere hat da kann ich eigentlich auch darauf verzichten auf die erfahrung ich hätte lieber gewonnen klar wer möchte das nicht aber man muss jetzt eben immer wieder schauen die klaren vorteile ist ja jetzt das was es interessant macht und dann schauen wir doch einfach mal wie sehen sich das spiel dahingehend entwickelt und ich denke mal das gold lager da unten sollte eigentlich gleich fallen hier setzen wir jetzt mal die queen noch hin und ja das soll es dann eigentlich auch zu meinem kleinen fazit gewesen sein wir sind jetzt bei knapp 20 minuten und ich hoffe ihr hattet wieder ein wenig spaß ich habe jetzt mal das video ein wenig länger wirken oder lassen damit ihr dann einfach mal sagen könnt ja der kleine prof macht jetzt immer recht wenig irgendwas am videos damit ihr ein bisschen was zum schauen habt und ja mit diesem loot gebe ich wieder zu euch zurück viel spaß beim claschen haut rein in die tasten wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt und die kommentare ist ist wieder freigegeben für euch ich würde mich freuen wenn ich dahingehend von euch was lese bitte keine anfragen zwecks des Abonnentenbesuches da werde ich mich noch mal bei euch melden in einem kleinen video und bis dann euer prof ciao